Ja, das ist ja mal richtig ausgefallen, da drüben sehen wir einen Stand mit von den Gebrüder Erdnüsse. Wahrscheinlich ist das Michael und Paul Erdnuss oder sowas. Die haben einen Gemeinstagsstand und die verkaufen da Popcorn. Müsst ihr auch mal vorbeikommen, fragt am besten nach Paul Erdnuss, das ist der größere von den beiden.